Oh man, stehen wir wirklich schon wieder unter einem Angriff? Na, wer ist es denn diesmal? Die Kessen-Clowns! Ja, ihr seid aber auch richtige Clowns, wenn ihr denkt, ihr könnt es mit mir zu tun haben. Ihr wolltet mit mir zu tun haben, ihr denkt, ihr könnt mich besiegen. Oh, ein Schleimfach toller Schatz. Ja, den kriegst du aber nicht. Das verschwindet. Können rein, gar nichts. Aber, ihr könnt was. Bestimmt, weiß nicht. Mein Team hört es auf jeden Fall. Ihr könnt ja mein Team dabei sein. Ihr könnt euch sicherlich den Rest schon denken. Oh, okay. Dann mach halt meine Gegner weg. Wollte auch ein bisschen Spaß haben. Dann nicht. Oh ja, komm zurück. Wir gehen heute ins Winterteil. Denn wir haben bislang nur die Hälfte vom Winterteil ergründet. Die andere Hälfte steht nun bevor. Da gibt es auch etwas ganz Wichtiges. So, dieser Fokus. Tambourin. Ist nun mehr wert. Dadurch steigt unser Money. Und ich kann ja mal kurz schauen, ob wir jetzt eigentlich hier was Neues hinstellen können. Ja, können wir. Eins oder mehr. Das war nur eins. Okay. Was stellen wir da hin? Ach, sind das alle Plätze schon? Alle fünf? Hm. Ja, stimmt. Die Schuhe haben wir ja gefunden. Tun wir die rein. Die erhebenden, erhebenden Schuhe. Von Baluigi. Wunderschön. Achso, ja, wenn ich gerade mal hier bin. Ich kann noch mal schauen, ob wir hier was Neues machen können. Ah, eine Richtung können wir zufügen. Ah, weil ich das schwer beteiligt habe. Ah, ja, wunderbar. Du hast uns genau das gebracht, was benötigen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, jetzt haben wir alle Baumaterialien, die wir benötigen. Sehr gut. Und wir brauchen noch einen Gletschergolem. Da gehen wir sowieso gleich hin. Also passt das sogar. In einem Winterteil, es gibt die ganzen Gletschergolem. Hier sind die Kandidaten. Let's see. Oh, hier bei einem Missionenbrett habe ich noch was bekommen. Und zwar Feenwolle. Eine von Feen verwendete, wundersame Watte. Für Kugeln. Und... Aber hier haben wir noch was Neues. Heiligen Asche. Ein zum Säubern verfluchter Relikte verwendetes Pulver. Auch für Kugeln. Hat er auch schon gehabt? Ah, seltsam. Einen Powerpunch gefunden. Oh, und an dieser Stelle... Hier, dieser Spirale. So ein einzelner Baum. In der Kiste. Wo wir eine Diabolische Draco-Modelle bekommen. Und ihr seht ja auch, wie viele Silbertronen ich habe. Die findet man wie Sandarmeer. Wirklich, das ist... Die lohnt sich absolut nicht. Also vor allem ein Gebiet, wo man gerade war. So wie hier. Wo ich einfach nur hingegangen bin, um die Giganten... Ähm... Freizuschalten. Und ich habe wirklich einfach nur 5 von diesem geringen... Ähm... Freundschaftsbell auf ihn geworfen. Habe ihn besiedigt, aber sofort mein Team. Also... Ja... Geringe Chance. Aber wenn du 5 davon machst, dann ist es schon... So eine mittlere oder so Chance. Und... Und... Ja, jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was ich hier gesammelt habe. Ich wollte euch nicht zeigen. Jedes Mal habe ich hier Dinge ausgrabe, weil... Ich glaube, das lohnt sich mittlerweile nicht einmal mehr. Und außerdem wollte ich euch zeigen, wie ich den... Giganten in unser Team tue. Genau. Was heißt unser Team? Wir sollen ihn wahrscheinlich dort lassen, ne? Ich glaube, bin mir sicher. Können wir den mal halten? Home, sweet home. Wenn wir ihn sich erschossen, ich kann hier nochmal eine Mission nach. Aber ich hätte natürlich nichts dagegen. Wenn er krass ist, wie ihn mein Team tut. Und drei davon kennen wir schon. Verdammt. Aber hey, wir haben eine Sammelkarte. Karte Ring des Ruins. 30 Kader? Eine Sammelkarte ist einem geliebten Spiel, das an einer Welt gehört. Ah. Was? Eine ikonische Harfe habe ich irgendwo gefunden. Das muss eine Goldschutz gewesen sein. Sieht aber cool aus. Wir sind pink oben dran. I like it. Harfe der Lorelei. 7 Millionen. Ein Seiteninstrument, von dem es heißt, man könnte damit auf hoher See die Märkungen Frauen zu Hilfe rufen. Alles klar. Wieso kümmern wir mal so viele Karten? Karte Multiheilung. 20 K. Und einen Scout Ring. 150 K. Und einen etwas besseren Ring. Ein Klinge Ring. Klinge Ring. 1,5 Millionen. Ein Ring, den ein zwergenhaftes Auge ziert. Was? Okay. Cool. Und wir kriegen fast 57 Prozent. 15 Millionen. Fast 16. Aber dadurch Gewinn gemacht. Symbolwertschätzer-Achievement. 10 verschiedene ikonische Schätzer haben wir gefunden. Ja, stimmt. Unterbrang 10 werden wir wahrscheinlich mehr über den nächsten Stein erfahren. Den nächsten Grafenstein. Wir wissen, dass wir im Winterteil mehr Info zu einem Wachenschein finden. Und dass wir generell einen finden. Ganz unten rechts. Bei der Handschädel. Da müssen wir aber ein bisschen stärker für sein. Vermutlich so mindestens 47, würde ich mal schätzen. Bin mir nicht mehr sicher, wie das war. So, aber jetzt erstmal gucken. Was? Ein Monster von den hellen Taten eines Teams gehört möchte ich ihn anschließen. Boah, Brontische für 48. Und wir können ihn reintun, weil wir drei von den... Wir haben aber eins. Wir haben drei von den Getränken geboren, aber nur eins. Was, ist das Sanguinis? Dieser rote Armee ist das was anderes wahrscheinlich. Das sieht so eh nicht aus. Jedenfalls zu viel rein, auf jeden Fall. Ja, ist der Rostowel. Echt kräftiger Kaffee. Tomate, Dämmergras, Kloppläppchen, all das für den großen Giganten. Finally. Jemand kompetentes. Ist doch beantwortet, wenn wir den Team behalten können, wäre das so krank, Mann. Exzellent. Ich tu ihn jetzt mal rein. Ja, tu ihn rein, Mann. Und das kann er überhaupt. Ah, der kann analysieren? Dann vielleicht nicht. Richtige Möglichkeit, finde ich. Äh, wann wir den rein tun? Ah, komm mal, warte. Komm, wir sind in den Raum. Oh, das war jetzt nicht so klug. Egal. Egal. Mir ist übrigens aufgefallen, dass die Schätze immer an bestimmten Orten sein können. Hier oben, genau an dieser Stelle, hatte ich vorhin auch schon einen Schatz gehabt. Und drüben gab es genau die gleiche Szenerie, hinten bei diesem Schleimkönig. Da gab es auch einen Schatz und das ist wieder der gleiche Ort gewesen. Bei den Silberschätzen, keine Ahnung, aber bei den Goldschätzen, die sind immer an den gleichen Stellen. Die können an den gleichen Stellen sein. Aber es sind nicht die gleichen. Es sind bestimmt andere. So, bin wieder beim Bahnhof angekommen. Das ist wirklich, jedes einzelne Mal musst du hier den ganzen Weg herumgehen. Und seht ihr, wie viel Sand am Meer es gibt? So viele Schätze. Soll ich die einsammeln? Ich will nicht. Also habe ich es gelassen. So, hier, ich habe einen eingestellt. Er sei glücklich. Oh, ich muss ihm den sogar geben. Oh, gut, dass ich ihn doch nicht mit meinem Team getan habe. Weil ich muss ihm den geben. Oh, das tut weh. Das tut wirklich, wirklich weh. Aber egal. So eine Ability mochte ich nicht. Also eine Sian wirkt auf mich keine gute Ability. Ich weiß nicht genau, was die macht, aber ich glaube nicht, dass sie gut sein kann. Aber das haben wir doch selber eigentlich, oder nicht? Egal, Grauschwingbrücke, Bahnhof ist fertig. Und wie wir sehen können, sind wir nichts. Ich dachte eigentlich, dann wird es genau wie am Hitzegrad, dass alles voll ist. Wahrscheinlich deshalb nicht. Weil wir in Fiederflur nicht waren und nicht super alles erkundet haben. Oh, wir müssen hier Berichterstatten irgendwie. Oh. Achso, stimmt, weil wir jetzt alle Bahnhofel fertig haben. Oh, wahrscheinlich dann, oder? Vielleicht haben wir dann die Map voll. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde die Map aber auf jeden Fall gerne voll haben. Let's get our new treasure appraised. Weil das cool wirkt, schätze ich. War ein bisschen neu. So, sind wir angezeigt, jetzt neu. Okay. Fahren wir kurz dort hinten hin zurück. Und dann würde ich sagen, Schätze auf die abgeben und dann auf zum Winterteil. Da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Da habe ich jetzt Bock drauf. Auf den Winterteil. Aber erstmal mit dir reden. Mein Gott, du hast es geschafft. Alle Bahnhofel im Schwenken war wieder vorsichtig, eine frei zu machen. Der gute alte Herr Urban wäre sehr erfreut über deine Heldentaten. Du kannst dir sicher sein. Wie bitte, wer Herr Urban ist, fragst du? Nun, er ist der Gründer der Transakonischen Eisenbahn. Er hat die ganze Firma praktisch im Alleingang auf die Beine gestellt. Das ist aber schon lange her. Er ist der gleiche Jahrgang wie der legendäre goldene Souverän. Das Geschäft florierte aber, dann gab es einen bedauerlichen Vorfall. Das Verschwinden von Eiladorada. Die Kraft der Blutlinien begann zu schwinden und es wurde immer schwieriger, an Sanguini zu kommen. Das war eine wirklich furchtbare Zeit. Das Personal tat natürlich sein Möglichstes, aber es war nur eine fahrende Zeit, bis sie zuge ihren Dienst einstellen mussten. Es wird gewonkelt, dass dem alten Herrn Urban das Herz brach. Er verschwand und war nie wieder gesehen. Zahllose Vorstände versuchten in den folgenden Jahren, die Firma wieder auf die Beine zu bekommen. Aber es war aussichtslos. Letztendlich kann die Gesellschaft bankrott und alle Bahnhöfe verfehlen. Oh, entschuldige, jetzt sollte ich noch was geben. Äh, ja, äh, hier. Was ist die Belohnung? Wir kriegen einen Flügel, nice. Schlimmes Schlotter-Risotto-Rezept. Ich stelle eine große Menge MP wieder her. Und Todeskönig, Dienstessen. Und wir kriegen einen Sanguinis. Einen brockenreinen Sanguinis von beträchtlicher Größe. Dieses Gestein ist die wichtigste Energiequelle der Trotz-Kunst-Eisenbahn. Warum ist es... Sieht anders aus? Das sieht auf jeden Fall anders aus. Warum sieht es anders aus? Da fallen sich die Brocken noch runter. Ist das ein riesiges Stück sanguiniert, oder? Nicht gerade blöd. Na, da werden alle Benutze im Schwingmoor betriebsfähig. Was vollbringen? Okay. Ja, hatte recht. Und jetzt haben wir das Schwingmoor auf der Karte vollständig abgeschlossen. Das gleiche habe ich jetzt auch noch vor. In der Reihenfolge Winterteil, Kragenweiten, Drachenschädel und... Äh, hätte ich gesagt, weiß ich gar nicht, ob da noch was in diesem Spiel passiert. Was kann ich sagen, dass wir schon fertig sind, oder? Das ist voll traurig, wir kommen dem Spiel... Das Ende des Spiels näher. Ich will das noch nicht enden hier. Und hallo. Mit dir wäre vielleicht neu erfolgt. Nicht fast. Starrte von Prinzessin Gwalen. 1,2 Millionen. 5 Millionen. Die Starrte eine Prinzessin, die ein Leben von der Liebe führte. Und wie nicht. Und eine... Eine Schönsporn. Eine Million. Eine bezaubernde Blüte, die in allen Farben Regenwurms funkelt. Auch nicht. Ah, okay. Entweder das gleichzeitig mit anderen Schätzen ist weggebracht. Hier haben wir gemacht. Hätten wir wahrscheinlich ein paar mehr Präsente bekommen. Aber es macht nichts. Ach so, es ist ein Schatz. Dieser... Oh, schau mal, das sind Drache drinne. Oh, das ist cool. Der Sanguinit ist kein... Stück Sanguinit, sondern ein riesiger Brocken als Schatz. 4,6 Millionen. Ein Brocken rein in Sanguinit von beträchtlicher Größe. Wow. Okay, das war auf jeden Fall ein Stückchen nicer. Was eine gute Kollektion. Eine gute Kollektion. So, da bin ich wieder im Winterteil. Ich bin hier nochmal zurückgerannt zu diesem Punkt. Also, ja, so ein Drittel vom Winterteil. Nochmal abgeschlossen. Kurz ein Levelbereich. Und zwar, weil sie immer noch nicht, wo wir die Zutaten bekommen, damit wir hier durchkommen. Aber wir können zumindest mit ihr hier sprechen. Hallo. Wir sind auf Buffet von Prinzessin Anemon hier. Eigentlich haben wir ja die Aufgabe, sie zu bewachen. Aber es bringt wohl nicht viel, sich zu beschweren. Seid gegrüßt. Mein Name ist Cephia. Was führt dich her? Hm, das Lexikon? Ja, das habe ich. Prinzessin Anemon hat vergessen, dass sie es mir geliehen hat. Hast du vor, sie zurückzugeben? Ja. Hier, bitte, vergiss nicht, Prinzessin Anemon, meinen herzlichen Dank auszudrücken. Okay, wir haben das Lexikon. Ein Wörterbuch zum Entziffern uralter Runen und Glyphen. Dieses hier gehört Prinzessin Anemon und ist ganz offensichtlich recht häufig benutzt worden. Schon so zerfetzt, oder was? Jedenfalls, ja. Das müssen wir dann, sobald wir hier mit dem Winterteil fertig sind, nochmal meinen Drachenschädel abgeben. Ja, bring einen den Schatz. Ne, das ist nicht das. Äh, hier. Gib Anemon das Lexikon. Richtig. Ähm. Leider kann ich immer noch nicht den Bahnhof zum Fahren bringen, weil mir der kühle Kopf fehlt. Und da steht einfach nur, bei dem blauen Knochenhaufen, hier in der Nähe, kannst du das finden. Nur, hab ich noch nie einen blauen Knochenhaufen hier irgendwo gesehen. Oder zumindest, weiß ich nicht genau, wovon er redet oder was man meinen. Ich sehe erst jetzt, dass da hinten ein Ballon ist, den ich wohl scheinbar nicht abgeschossen habe und von hier auch noch nicht bekommen werde, oder? Ich kann es nochmal versuchen. Das würde mir Zeit sparen. Ach komm, holen wir uns daneben. Das wird's wert sein und was es nicht wert ist, sind diese ganzen Silberkisten zu holen, die werde ich jetzt wirklich komplett ignorieren fürs Erste, weil die mich wirklich nur noch nerven. Weil, wie gesagt, die sind wie Sand am Meer. Wir brauchen sie nicht. Überhaupt nicht. Komm, platz bitte. Platz bitte. Kannst du, kannst du bitte platzen? Das ist dein Ernst? Jetzt platzt doch endlich! Und trotz ich gleich! Das gehört! Jetzt habe ich es, mein Gott. Ja, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo hier irgendwelche blauen Knochenhaufen sein sollen. Ein bisschen eine Rippe. Da war man noch gar nicht. Und ich habe sogar einen Schatz bei der Rippe. Und ich zumindest in der Nähe. Hier bei der Rippe oder wo? Ja. Wo die so speziellen, besonderen Items zu finden sind. Und dass es auch in der Nähe ist. Deshalb wollte ich mich hier auch nochmal genau umsehen, weil ich dachte, ich dachte mir schon irgendwie so, das Gefühl. Hier muss doch irgendwas sein. Boah, ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe, diesen unnötigen Ort hier aufzusuchen. Und ich habe es einfach nur so Deko im Hintergrund. Hier ist nichts. Doch. Und wie hier was ist. Ganz viele kühle Köpfe. Hier sind nochmal. Aperhaufen. Ja, endlich. Und jetzt können wir den Gletscher-Golem in unserer Party tun. Aber wir werden ihn nicht benutzen, sondern wir werden ihn super Schafzahn-Stake. Sondern wir werden ihn natürlich für unsere Base opfern, weil wir brauchen ja einen Gletscher-Golem für die Base, damit die sich erweitern kann. Falls ihr euch schon daran erinnern könnt. Und hier soll auch ein Schatz sein. Ja, habe ich schon verstanden. Achso. Außen zu bezeichnen ist, weil... wir jetzt alles haben. Ja, ja. Genau. So. Barmo wieder zum Stande bringen, bitte. Ich habe jetzt endlich alles. So wie du wolltest. Bitte. Jetzt mach endlich. Was haben wir da oben auf dem Kopf drauf? So eine Blüte oben auf dem Kopf. Gletscher-Wegesetz verfügbar. Finally. Es fehlen wirklich nicht mehr viele Bahnhöfe. Nur noch hier. Da kommen wir jetzt noch gleich hin. Und hier. Das machen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal oder so. Wir würden jetzt Winterteil komplett fertig machen, dann Kragenweiten, dann Drachenschädel. Dann keine Ahnung. Ob es noch mehr Gebiete gibt danach. Oder ob wir irgendwie schon mit der Story durch sind. Ich habe sozusagen wirklich das Gefühl, dass wir dem Ende näher kommen und ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich habe zwar gehört, dass das Spiel nicht lange sein soll. Aber das ist ja wie so ein Halbenspiel von der Länge her. Ich beschwere mich hier natürlich nicht. So soll das nicht klingen. Sondern ich meine einfach nur, es überrascht mich, dass wir so schnell durchkommen. Aber okay, die Schleuder ist auch super OP. Und einer der Gründe, warum wir überhaupt so krass hier durchkommen können. Und ich glaube, hier unten ist es, oder? Ich muss gar nicht machen. Ja, gar nicht. Lio kann nicht richtig sehen. Da braucht eine Brille, der Kollege. Nee, irgendwo hier am Rande. Nee. Ja, bei den Eiszapfen? In der Nähe? Hier vielleicht? Das hier sieht doch noch an einem Ort aus, aber irgendwie. Nee. Diese Nuggegner, die kann ich jetzt mal ignorieren. Was ist denn? Hier nicht? Ich habe doch gerade ausgeschlagen, dass sie irgendwo ist. Hey, es ist nahe. Es ist nahe. Nein, da unten kann es doch nicht sein. Da war ich doch gerade, oder? Nein, nein, jetzt hören sie auf. Jetzt hören sie auf. Na komm, ich bin doch hoch. Hey, es ist nahe. Wo denn? Wo denn? Oh, ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Nein. Es ist scheinbar direkt über mir. Da ist es. Oh mein Gott. War es eine schwere Geburt, aber die Goldschätze mitzunehmen lohnen sich immer. Silberschätze. Ich sage mal so, auf dem Rückweg. Wenn man Platz hat, und man nicht in Bedrohung ist, dann kann man die mitnehmen. Oder wenn man nur ganz kurz im Gebiet ist, zum Beispiel. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Sonst lohnen sie sich halt wirklich nicht. Okay. Jetzt wollen wir mal wirklich rein starten. Und uns herkunden. Was ist das? Kral, Martina. Ah, ja. Oh, noch ein Schatz. Oh. Ist er hier in der Nähe? Oder gehe ich gerade dann vorbei? Ich gehe gerade vorbei. Wahrscheinlich da hinten, oder? Oh, warte, hier gibt es auch Schneekatzen. Oh. Hätte ich hier schon viel früher eine bekommen können. Oh, naja, was soll's. Dann ist halt so. Wie ist das denn? Das ist da vorne im Gebäude. Nein. Ah, es ist einfach ein paar Meter vor uns, oder? Oh, es ist an der Seite. Okay, das habe ich nicht gefunden. Ich werde jetzt einfach schnurstark zum Gebäude gerannt. Aber nee, es ist ein bisschen mehr seitlich. Einmal hat die Vision mir mal geholfen. Wow. Das sieht aus wie so ein Bart. Wie so ein Fake-Bart. Warte, du sie dir anziehen kannst. Das weiß ich. Und da kommen wir eh nicht durch. Und da ist auch ein... Ach, komm. Doppelt und dreifach nicht worth it. Das zeige ich euch so, wie es ist. Frostbacke. Da waren wir schon mal. Genau, da sollten wir auch hin. Wegen Story. Da war ja einer von den Steinen. Ich glaube, hier werden wir auch keinen Stein mehr finden. Sondern das Einzige, was wir... Warte mal, wir haben ja vier Steine. Einen finden wir noch in der Wüste. Und einen noch beim Drachenkopf. Das heißt, der letzte, der ist ja von Captain Silberwein. Vielleicht wird er der Final Boss. Hey, es kommt. Und wir sagen, hier ist es nicht. Oh, oh. Ducky. Hm. Ich erinnere mich so ein bisschen an... ...Pickman, dieser Ort. Wie ist der Schnee? Und jetzt einen Schatz. Los, Pickman, tragt sie. Woohoo, woohoo. Sieht ziemlich wertvoll. Sieht ziemlich wertvoll. Oh, Junge. Diese Umrandung habe ich schon so oft gesehen. Entweder es ist eine Sammelkarte oder wieder so ein tausendfaches Males Buch. Seht ihr das? Da hinten, wie es leuchtet. Und... Da hinten, wie es leuchtet. Seht ihr das? Es ist schwierig zu steuern mit dem Control-Stick, aber... ...Ihr seht, glaube ich, was ich meine. Und da ist auch noch einer. Ich habe ein Auge dafür. Also, manchmal. Nicht immer. Aber manchmal habe ich ein Auge dafür. Das müssen wir mir lassen. Ja, okay. Winterteil hätten wir schon viel früher machen sollen. I'm sorry. Das ist auf jeden Fall... ...meine Schuld. Aber macht ja nichts. Dann kommen wir zumindest schon da durch, wenn wir uns erkunden. Außerdem haben wir es auch ohne geschafft, uns so krass zu trainieren und so stark zu werden. Das ist ja auch nicht schlecht. Und das zeigt auch mal wieder, das Spiel ist nicht schwer. Wenn man sich sehr viel umschaut und sehr viel macht. Und nicht einfach nur Story, 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 Story. Dann ist das Spiel wirklich nicht schwer. Und seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine? Schaut euch an, wie viele Schätze ich schon eingesammelt hätte können. Da wäre ich schon längst voll gewesen. Und wenn dann jetzt noch ein goldener Schatz gewesen wäre, dann ja, Pech. Dann musst du hoffen, dass du gegen den Gegner kämpfst, der dir deine Schätze wegschmeißen kann. Also manche Gegner können ja so attacken, dann verlierst du deinen Schatz. Alter, der ist böse versteckt. Ho, der ist wirklich böse versteckt. Ja, an die Orte werde ich niemals rankommen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich mir die Mühe extra machen werde. Generell auch schon am überlegen. Ich glaube, 100% wird es wahrscheinlich hier sein, in dem Spiel, alle Schätze, Silber und Gold zu finden und auszugraben. Was, wo habe ich denn, was da passt? Hä? Wo denn? Wo könnte das sein? Hm? Hey, es ist nahe. Da oben, oder? Oder was? Ja, okay, es ist wahrscheinlich da oben. Da werden wir doch gleich hinkommen. Jetzt sind der Nächste. Hä? Was ist denn da für ein Gebäude? Da will ich gerne rein. Das wollen wir uns mal anschauen. Oha. Und der Ballon. Für die Nonnen, für den Karten. Treff ich nicht. Komm schon. Komm, lassen wir es. Werden gleich näher rankommen. Aber das hier will ich mir mal anschauen. Das sieht voll cool aus. Was ist denn hier? Silhouetten. Ich glaube, gegen diese grünen Fische haben wir noch nicht gekämpft. Die sind neue Kinder von uns. Die können halt auch nichts. Aber wir ein bisschen zu früh, äh, ein bisschen zu spät dran sind, aber passt schon. Ja, an Rivalenteam. Werde ich mir jetzt nicht in die Hose für machen. Ich glaube, die werden nichts drauf haben. Wenn die sich überhaupt vordringen. Da werden sie eh nicht. Oha, wie das gerade aussah. Ist hier irgendwas? Boah, das sieht voll schön aus, dieser Ausblick hier. Oh, vor allem hier so, wenn man hier so steht. Riesiger Baum. Schon wieder ein Ort mit einem riesigen Baum. Ganz viel Ultrasils hier. Hier ist noch ein Ausblick. Was wollen wir denn sehen? Ist ja ein Ballon. Hier hätte man wirklich einen Ballon gemacht müssen. Das wäre cool gewesen. Aber scheinbar... Ist das nur eine Aussicht. Mehr ist hier nicht. Ist ja nicht schlimm, aber... Aber trotzdem. Was habe ich da gerade für Blütze gemacht? Ich weiß nicht. Hier ist der Bahnhof. Haben wir schon alles, um ihn freizuschalten? Gehen wir doch mal hin. Und fragen nach. Was für ein einfaches Riss ist hier denn bitte? Ah, hier würde der Weg normalerweise weitergehen. Ja, okay, machen wir gleich. Machen wir gleich. Ich würde jetzt erstmal schauen, ob wir den Baum schon wieder herstellen könnten. Hier ist ein Treasurer? Hier unten wahrscheinlich, oder? Was? Was war das? Ist der Silberschatz, oder was habe ich hier gehört? Du, was habe ich hier gehört? Achso, der ist hier wahrscheinlich. Wo wirst du denn der Schatz? Dir sagt Treasurer, aber dann sagt man nicht, wo? Da unten? Ah, komm, wir mal gleich. Machen wir gleich. Lass mich zu schnell ablenken. Ist nicht gut. Kollege, was geht ab? Nein. Hä? Ärgerlich. Okay, was brauchst du denn? Du brauchst fünf Sanguinid? Wow. Gut, dass ich das habe. Ich wusste nicht, dass ich so viel habe. Du brauchst einen, was? Stell einen Königsschleim für die Arbeit im Bahnhof vor. Königsschleim sind hier in der Nähe und außerdem auch überall auf dem Winterteil zu finden. Hä? Wer ist denn jetzt? Ach, Königinnenschleim, also im weiblichen Königinschleim. Okay. Übergebt den Lotusnektar. Du kannst bei den Gruppen aus blauen Blumen hier in der Nähe nach dem Lotusnektar suchen. Habe ich schon ein paar. Oh, blaue Blumen. Okay, also ich muss... Ja, okay, das muss ich nachholen, ne? Ich muss erst mal einen Königsschleim einstellen. Okay, wenn wir aber einen sehen, werden wir bekämpfen. Ich glaube, es ist einfacher, direkt einen Vetscher-Königinschleim einzustellen, als dann nochmal in einem anderen Gebiet danach zu suchen. Ich meine, wenn es hier sowieso schon welche gibt, dann könnten wir die auch theoretisch einstellen. Und jetzt interessiert mich wirklich mal, was es hier noch so zu finden gibt. Hier so neben dem Wege, wo wir hin sollen. Ich sah... eine riesige Schlucht. Oh, sind die Mordseele stärker? Tundrako. Ja, die Dinger. Rote Juwelen. Ich hoffe, ich steu'n nicht. Ich sammel nur eure Juwelen ein und schau', was es hier zu finden gibt. luftstrahl nach oben wo der wohl hinführt jetzt wirklich nur hier wählen oder und sehr viele gegner die wird gerade sauer gemacht haben und die posten genau hier unten ist ein schatz das ist ein besonderer schatz du hast einfach nur so weil so ist schauen wir mal ein zauberstab ich einfach stehen normaler schatz zu sein okay weil ich sehr ikonisch und ein killermaschine wir morgen grauen mobster gh fast zur helle leo leo ist er tot ja er ist da und nein kann ich schaden ausrichten ein bisschen kommen die külermaschine ist fast tot komm kürt sie jetzt gut 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 ich halte leo ich halte leo er wird mich schon nicht angreifen bestimmt nicht hier leo ist ein healing vom falschen gehalt was soll's angriff unsere schätze niemals und eure fledermausflügel ziehe ich auch noch raus kräftiger kaffee erhöht die resistanz gegen betäubung liebling von giganten und ork omelette erhöht das geschick liebling von ork das ist doch schön für euch was ein kampf mann gut dass er vorbei ist alter hat mich wirklich getroffen und ich habe sie für schnell gewesen ich hoffe ich finde die alle sonst bin ich nämlich ein bisschen sauer ach so man hätte von der mitte aus so raus gekonnt habe ich nicht gecheckt aber dafür ist das da unten gletscher golem mit starken ins team zu tun jetzt auch nicht schlecht ehrlich gesagt auch wenn wir golemina haben ich mag diese ich weiß nicht ich glaube ich mag die deutsche großen ticken mehr vom aussehen warum ist lio schon wieder dauernd so ein hohen level dann gehst du am öftesten dauernd ist keine verteidigung kollege keine verteidigung hat der junge eine seltene münze gefunden letzter geier medaille und zum belohnung kriegen wir noch eine weitere medaille ich kann jedoch mittlerweile gar nicht mehr verteilen moment nicht zumindest gekommen bringe mich hier raus also wie hoch und eigentlich falle ich habe nicht gespeichert ich hätte alles neu machen müssen nein ok es gibt auto selbst aber trotzdem oh mein gott ich bin last minute noch hier hin geflogen zum einen weil ich den schatz gesehen habe und dann dachte oh mein gott hier ist nicht so hoch ey kurz herzrasen kurz herzstillstand besser gesagt mein gott wieso tue ich mir das an ich habe mit einem leben überlebt war das zufall also wird man da immer mit einem leben überleben von der höhe fällt oder war das dann wirklich einfach zufall dass ich genau einem leben überlebt habe ich wirklich gerne mal wissen ich weiß ich ausprobieren aber meine held können habe ich genau so viel schaden genommen dass ich noch ein leben überlebt habe das klingt epischer und knapper und jetzt krieg ich auch dafür schaden ihr braucht hier ne nein das sehen wir nicht auf das können wir uns sparen ob mit geld oder nicht kühle kuppel genau da sollen wir hin wegen katzballer deswegen gehen und diesen echten ich hätte das ziemlich gerne schon wieder haben wir so wertvolle sachen und nein schaut mal wir sind sogar im richtigen level angekommen okay gut bis zu dem bahnhof hätten wir schon vorher gekonnt dass sie sind übergibt den lotus sagt das so haben haben wir dann später war ich jetzt noch nicht erst haben wir auch den glätt den 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 königinnen und könig den schleim habe genau das brauche ich noch keine gesehen ist ja das ist ein lager auch kohle mühner was sollen das hat ihre schatz ist hier an jetzt sind das auf unseren schätzen warum seid ihr da unten alle egal kommt ihr wieder auf jetzt rennst du wieder hoch um mich zu schaden oder wie er auch so zappelt oben weg tschüss ich habe das aufheben sind alles schon wieder los ich meine ja jetzt sind jetzt auf unserem level ungefähr die gegner aber ich dachte wir werden stärker als das besser aufpassen ich würde gerne wissen sich da unten verbirgt stehen bleiben bei dir geht es noch die schließen der luftkollege und doch ist auch das ok gut verbunden hier könnten hier schlafen kann man hier mal ausruhen und dann sich heilen lassen das ist einfach nur damit man tag und nacht haben kann weil bei nachts sind ja die ganzen monster am schlitten da kann man dann besser ausweichen weil ich es darf und ein rival close by gefällt mir gar nicht in der richtung ist der schatz hätte ich gerne da hinten sehe ich sogar einen schatz da das ist die kiste die sollen wir uns krallen wie diese krall martina katzen weil martina hat ein bisschen gedauert bis das klick macht bei mir da war ich jetzt level ab auch im real life klick gemacht ich komme jetzt ein königin schleim wir suchen ja ein aber auch für die gegner zu unserem team einladen können ich weil wir können es mal versuchen warum bist du wieder so low ok es geht nicht es geht nur daneben ok abracapress grande wird die maximale mp enorm liebens essen von dem schleim ja das glaube ich dem das glaube ich dem schleim oder in fast wie viel schade die gemacht auch gut die stufe 40 das erklärt gut 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 geht die beide die sind beide fast tot und die andere hinter die akko wieder hinter dir gott leo stehe auf ich bin so so bock bei stehe auf man stehe auf man stehe auf alles verpasst kollege hey hey it's close souverän salat ich will es essen von irgendwelchen hab ich gelesen hey it's close du brauchst hier dabei wird das stehen damit du hier bekommst ein paar Dinge habe ich nämlich noch dabei im sortiment bieteschön und wo ist der schatz also hier ist ein normaler schatz vollheilskugeln das ist die bessere variante von den dingern oh noch mehr von denen zu finden wo ist jetzt der schatz ich bin wahrscheinlich fünfmal vorbeigelaufen oder das sagt mir einiges nicht ernsthaft ich dachte mir schon auf der spitze hier weil da war ich noch gar nicht das ist hier oben auf der spitze so war ein gutes versteck vielleicht nicht noch gekommen dass man hier hoch kann weil das sieht so steil aus das kann man gar nicht mal stehen kann man aber zumindest so einen gewissen teil wow das ist ein neues pokémon mit so eine form verzauberte steine und was was finden wir hier das jetzt das hier ist ein so grandioser aschert der evolution ein spezieller stein der beachtlichen wandel bewirkt äh für kugeln hm scheint ein seltener stein zu sein oder so und da haben wir eine harte silberne hand die uns guten schaden zufügt leider da müssen wir sie schnell auslöschen an die machen ja keinen schaden oh viel machen aber nur kaum schaden this is the line this is the line poffpilze warum heißen die so was ist denn nichts schau mal nicht ich dachte hier wär mehr ich dachte hier wär zumindest ein silberschatz was denn das da hä was ist das hallo ah das ist ein kaputter und hier ist dein bruder sorry man ich wollte mir das nur anschauen ich wollte mir dein Bruder hier nochmal anschauen warum liegt der einfach mit dem schnee rum oh äh mein controller hat den geist aufgegeben ich bin mit einer Tastatur-Maus freude spiel mal eine verendete Folge noch mit einer Tastatur-Maus warum nicht escape escape ist das was ist denn aha aha mhm schatz schatzi gibt er den schatz nicht benutzen werde ich ihn eh nicht schatzi schatzi also wissen was ich meine eh müsste doch eigentlich einsammeln sein und links schlagen ist aber genau andersrum voll seltsam du musst das heilen was v kann ich auch er ist gestorben er ist heilen ach nö ist gar nicht mal so schlecht mit ähm mit Tastatur-Maus zu spielen bin ich ganz ehrlich es gibt viel schlimmeres gut ich bin aber auch sowas gewohnt ne kann man zu sagen wir werden wieder getargett wie nervig was auch nervig ist wir werden den Winterteil leider nicht mehr heute schaffen aber natürlich werden wir den Rest dann einfach für die nächste Folge auch sparen ja 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 so nehmen wir mit was geht denn da ab noch ein Schatz unfassbar hier ist bestimmt noch ein Gegner oder komm zeig dich da ist er bam 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 schoner crit jetzt dann auf jeden Fall oh ah ne ist ein Silberschatz ne dann nicht oder ist es ein Silberschatz oder ist es ein Silberschatz das ist kein Silberschatz sonst wird es doch hier angezeigt werden auf der Map oder ist es ein richtiger Schatz ja wirklich haben die Maunzer nichts gesagt oder habe ich es übersehen wie viel ist das wert die haben sie oh ne mega Heilskugel wow sowas gibt es auch noch ok krass das ist wirklich krass ich glaube sonst ist hier nichts aber jetzt werden wir äh über den Kampf mit dem weiteren die Wahlen tun schon wie viele Goldschätze wir haben das sieht doch viel schöner aus wenn wir die ganze Zeit nur hier so Silberschätze haben wir wissen es beide haben wir einen Ballon haben wir einen Ballon gesehen haben wir einen Ballon gesehen ich habe einen Ballon gesehen ich bin so gute Farben überall ich sehe schon Sachen die nicht existieren wir stehlen ganzen Schatz nein 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 das tut er definitiv nicht äh mit welch aus aha aha immer mal die hier richtig die werfe ich wie schieße ich wie schieße ich so einfach loslassen gut da 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 oder um so der Gigant geschwinde er geht der immer noch nicht unter reicht jetzt ja das glaube ich euch das glaube ich euch zu gerne alright und wir kriegen sehr schwierige Schorle er erhöht die Resistenz gegen physische Angriffe enorm von der Killermaschine sein Liebling und auch seine Medaille ekel Schorle mal ne let's explore let's explore ach hier geht sogar weiter ach lol ach lol hier geht sogar weiter ich dachte da würde ich mich schon viel zu viel umschauen aber ne kühle kühle Kuppel gehst wirklich weiter äh gib mir mal die Heilung mal bestehen bitte klapp boah so kann ich viel besser aimen schaut euch das mal an wiii ist noch einer war eigentlich ein Golem irgendwo ist er tot hab ich ihn liegen lassen ne jetzt werde ich uns mein Golem spawnt er jetzt noch ähm du hast es wo warst du denn hast du Urlaub gemacht oder was bist du okay du bist noch nicht vorbei kannst gleich Urlaub machen hab noch ein wenig Geduld boah schaut euch mal die Map an oben rechts die ist so hinzitter überall sieht komisch aus ähm hast du unten mal was oh ich bin Treasure schon wieder zählt der Kollege schaut die Wand an kann er machen wo ist denn da schaff wahrscheinlich hier in der Nähe oder hier am Rande genau hier wo ich stehe ne jetzt ist es vorbei ok vielleicht hast du ja eine Ahnung wo es ist sag es uns oder Gletscher Geier nicht Gleier Geier wo Gleier auch nicht schlecht mehr da kommen wir nicht rein ja wo denn jetzt hast du wo ist es wo could that be man kann den Baum sehen und hier ist angeschlagen hier hier ok ne wieso f ausgraben ich hatte nichts hier zu tun das geht auch jetzt haben wir glaube ich gar keinen Platz mehr für Schätze ja wirklich wir haben keinen Platz mehr für Schätze ja wirklich wir haben keinen Platz mehr für Schätze das so gut ist weiß ich ehrlich gesagt nicht aber schau wir sind fast da und jetzt wird die Musik auch intensiver genau wie die Gegner mengen immer mehr Gegner sind unter uns her freunde beim nächsten mal wird es noch viel krasser als sonst wir werden den Winterteil fertig machen und ab in die Wüste gehen genauso wie die Princess Animo noch etwas zurückbringen was ihr gehört damit wir da mit der Story auch weiter kommen also seid auch beim nächsten mal dabei bei Dragon Quest Schätze Dresuris ja ich kann einfach runter gehen von dir aus oh 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 hm 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 rival gang ist nearby